So Leute, willkommen zum unglaublich spannenden Eröffnungs-Match der Gruppe G an meiner Seite, Dragonius. Hallo, ne? Nicht ausgetragen steht da schon. Ja, Hase wie gegen Rayquaza 30. Da hat Rayquaza wahrscheinlich schon echt Angst gehabt, der Junge. Ja, das ist weiche Knie vor Erbfeucht, Alter. Erbfeucht, ne? Cool. Ciao. Ciao.